Hallo! Wir kommen an, für alle Wien! Mit dem Schnapsbacke Special! Wir haben Schnaps in der Nase 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 Und es flinkt mit Wir haben Schnaps in der Nase 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 Und es finden wir Und das Computer, an die Nase strive On fled an der Festtrete Den Zücher Mit seinem Gestotter Zur Last Und er dann am Umzug mitläuft, schreit der Kind ganz lapidar. Leck Papi, schau mal, Sie haben einen neuen Berück dieses Jahr. Hinten dreifahren, ausscheiden, auf die Schnur fallen, den Staat verpennen. Das sind so Ausdrücke, die das Synonym für den Schweizer Skifahren nennen kann. Und zum Trost, weil Sie auf der Piste die Leistung nicht mehr bringen, wenn Sie jetzt halt einmal nach dem Rennen mit der Vreni Schneider rein sind. Im Baselbiet braucht es eine neue Polizeikomme, ja, der Polizeichef aus dem Wallis anzufragen. Das ist Führungskompetent, man hat Spruchung und Fachlich auf der Höhe. Und in August an Aurica hat er auch noch gerade Steinsammel in der Höhe. Der Alex Dragovic vom FCB hat nach dem Gründfinal reagiert. Und hat den Mühlenbauer mit ein paar Klempern den Hinterkopf massiert. Als ich das gesehen habe, dachte ich, wir Basler müssen uns wandeln. Es kann doch nicht sein, dass es ein Österreicher zeigt, wie man die Zürcher behandeln soll. Als Bundespräsidentin ist Täti Wippenschlumpf schon sparen engagiert. Sie reden dort, sie reden da und immer sehr, sehr orientiert. Nur wenn es im Ausland vor dem Mikrofon steht, dann denken die Leute das Letze. Herr Jägerli, es geht es in der Schweiz schon ruhig. Ich habe in der Rheingasse sieben, acht Tierchen genommen und auch ein paar Schnäppseli degustiert. Und habe auf dem Heimweg über die Brücke den Hoppa Gangnam Style. Und ich fange ein Kappelchen hoch durch und tanze, sagt der Schucker zu einem Schuckermäuschen. Genau so, sagt der Schwerge, Mutter, runter aufs Wies. Und ich frage es dir. und wollte nicht der Frau widersprechen. Er schrieb nicht über Eva Herzog, und wollte nicht bei mir einbrechen. Er schnitt nicht der Pasi durch nach dem Höschstag, und er ist nicht zu lange im Theater gesessen. Nein, er wollte ein Schweinsfilet und den Mensa versuchte mich zu fressen. Applaus 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 Der Boeing Dreamliner darf in Basel nicht landen, wegen der Batterien, die scheint es noch zu brennen. Jetzt nennen wir doch diesen gerade Zürich als permanenten Anflugsort. Das haben sie ja gern, wenn es brennt. Sie kennen das seit ewigen Zeiten. Da können sie gerade noch die Rasse rausholen und schön drum herum. Der Glöcklefrosch ist hier des Jahres. Eine Jury hat das fixiert. Meine Frau hat auf diese Nachricht mit grosser Vergeisterung reagiert. Ja, wenn wir zusammen Fernsehen schauen, tue ich von Räuli an einen Jäulen, wenn sie mir Fröschen sagt und an der Glöckle durchkraulen. Ich bin der Glöcklefrosch. Ich bin der Glöcklefroch. Ich bin der Glöcklefroch. Enlighten für den journalonicherer 그랬ter. Das dicho was für ein Jahrhundert verzeichnet. Ich bin der Wolfgang coordinate dir ensurent. Ich bin begeistert von Jeux-Olympiques in Münterland. Doch ich kann für mich ein neues Disziplin wählen und dann gewinne ich mit einem Ohr im Schießdruckerzählen. Ich habe noch jemanden, der ganz frisch ist, musste mir den Helgen schauen, ob der Kunde kommt. Ich komme über jeden Gartenmauer und habe mir einen Mann erwachsen lassen. Ich kann im Stehen einschlafen und scharren mit den Haxen. Ich schlage ständig hinten raus und schlage den Trämmchen nachgaloppieren. Vielleicht hätte ich halt doch nicht die Lasagne vom Goat probieren.